hallo und herzlich willkommen zu einem neuen weihnachtsgrüße von stürme video 2020 natürlich es wurde sich gewünscht dass ich dieses video bringe und ja also ich wünsche euch allen einen schönen heiligabend was euch schön beschenken und lasst euch gut gehen ich hoffe euch geht es allen gut mir geht es soweit gut außerhalb mit meiner haut ihr seht ja hier ist ein bisschen was zu sehen aber nicht tragisch die hände sind da etwas mehr belastet davon aber egal darum geht es ja hier eigentlich nicht ja also weihnachten 2020 wird ein bisschen anders sein wie sonst die jahre ja ihr wisst ja warum ich muss das ja nicht sagen ja also 2020 war war jetzt nicht so mein jahr finde ich also ich war ja ziemlich viel inaktiv auf youtube durch meine haut oder hier durch meine arbeit welche schicht arbeite und so ja aber ich bitte noch ein video kommen zum ende des jahres da werde ich wahrscheinlich das gleich wieder sagen cover ja auf jeden fall möchte ich bedanken für alle neuen abonnenten und ja dass ihr alle so mitmacht in den kommentaren und im live stream mal gut live stream war die letzte zeit nicht so viel ich werde aber morgen live streamen also freut euch drauf falls ihr zeit habt könnt ihr vorbeikommen ja danke an alle mods natürlich ihr hatte zwar nicht so viel zu tun dieses jahr aber trotzdem dankeschön ja da würde ich sagen ziemlich kurz und knackig dieses jahr es wird ja noch ein video kommen zum ende des jahres wir haben bald die 1600 abonnenten geknackt das ist schon mal sehr cool also falls du noch kein abonnent bist und dann würde ich mich freuen wenn du hier jetzt schnell abonnierst dass wir schnell die 1600 abonnenten knacken ich habe ja noch dann ein gewinnspiel offen ihr wisst ja bescheid ja dann wünsche ich euch einen schönen heilig abend habe ich ja schon gesagt lasst euch gut gehen macht es euch gemütlich mit eurer familie ja ich gehe auch zu meiner familie natürlich ich werde da essen den abend ausklingen lassen oder was das natürlich bei uns ist da nicht mehr viel drin ja dann würde ich sagen war es das mit diesem video ich hoffe euch hat es gefallen es wurde sich ja gewünscht ich mache das auch gerne das muss ich muss jetzt auf die schnelle machen weil ich muss auch bald weg ja da würde ich sagen haut rein frohe weihnachten und bis dann euer stürmi